Andrea Liese, bekannt unter dem Namen die Goldmarie. Die Goldmarie, die liebt es, Preise professionell zu verhandeln. Sei es beim Autokauf oder möchtest du dein Haus renovieren, dann fahren dich mit den Handwerkern oder du möchtest eine Immobilienfinanzierung, dann fahren dich für dich den Zinssatz aus oder auch beim Immobilienkauf. Und wenn du als Unternehmer gerne deine Preise leichter durchsetzen möchtest und die ersehnten Aufträge vor allen Dingen auch zu bekommen, dann bin ich die richtige Ansprechperson. Ja, also mit Zahlen und Menschen kenne ich mich wunderbar aus. 35 Jahre Erfahrung, Sparkasse, Pregen. So und zudem mein Großvater, der war Schlachtermeister und auf dem Schlachthof bekannt für sein Verhandlungsgeschick. Und dieses Talent hat er mir halt in die Wiege gelegt. Ich verfüge über ein Insiderwissen hinsichtlich beim Autokauf. Das verhilft mir natürlich sehr gut bei den Verhandlungen, weil mein damaliger Lebensgefährte, der war Autoverkäufer und zwar wie er im Buche steht, mit allen Wassern gewaschen. Das war's.